Ja, lehnen sie herkommen. Komm, mein Guter. Ja, gedrückt, um den Hirsch zu verstaunen. Ja, scheiße, erstmal ne Runde und dann geht's los. Oh ne, ist nicht dein Ernst. Äh, ja, das ist ne wirklich mega schöne Gegend hier. Moin Leute, hier ist euer Bashix und willkommen zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2. Im letzten Part haben wir ein O'Driscoll's Lager ausgeschaltet und das war wirklich ein ganz heißer Part. Also da gingen ordentlich die Action ab. Und es gibt noch eine weitere Neuerung, denn der User Zockstube, aber auch Otto genannt, weil ich ihn gut kenne, hat gesagt, ja komm, nenn doch einfach mal dein Pferd Lance. Ja, Lance, der Charakter von GTA Vice City oder Vice City Stories. Das heißt, wir werden unser Pferdilein ab jetzt Lance nennen. Boah, ich hoffe nur, das Pferd ist nicht auch so verrückt wie der Typ, aber auf jeden Fall ein cooler Name. Ich hoffe, euch gefällt der. Ja, unser Pferd wird Lance heißen. Also Lance, boah, ja, keine Scheiße, ne? Ist klar. Dann legen wir mal los mit einer neuen Mission hier bei Mr. Pearson. Mal gucken, was er für uns hat. Howdy, Cowboy. Die Nachwirkungen der Schöpfung heißt die Mission. Die Nachwirkungen der Schöpfung heißt die Schöpfung. Wir gehen und finden etwas. Komm, Arthur. Warte ein Moment. Hold on. Hier. Du musst etwas, was da ist. A sordid, sordid, awful. Starven wird preferabel. Komm, lass uns gehen. Du kannst nicht gehen, Hutton. Schau dir deine Hand. Ich kann nicht hier nicht zuhören. Ich kann hier nicht zuhören. Wenn dieses Spiel in die Höhe ist, dann findest du es. Und du kannst es. Du musst dich restieren, Charles. Du denkst, das ist ein Rest? Komm, lass uns. Hier. Du nimmst das. Ich kann es nicht nutzen, aber du musst. Oh, du wirst schlafen. Use eine Schmuck. Und wir werden alle Tiere für die Höhe über 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 die Höhe. Du bist nicht zu alt, wie es lernen. Ich denke. Oh, jetzt müssen wir offenbar jagen Mit Pfeil und Bogen Und wir haben gesalzene Innereien erhalten Äh, ja Das schmeckt bestimmt so, wie es auch heißt Halte mit deinem Gefährten Schritt, indem du Äh, oben tippst Und gedrückt hält Ja, gut Dein Pferd verliert keine Ausdauer Während du dich, oder während du dich Ihrer Geschwindigkeit anpasst, okay Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil jetzt werden wir Wahrscheinlich lernen, Tiere auszuweiten Was für dieses Spiel, denke ich mal, durchaus Sinn macht Ja, und jetzt kommt so eine Art Zwischensequenz Vielleicht kann ich das gleich mal nutzen Ähm, ich hab mir auch überlegt Beziehungsweise mach ich das seit Anfang des Let's Plays Dass ich so ein bisschen während Den Dialogen hier nicht viel rede Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht schlimm Können wir ja gerne mal in die Kommentare schreiben Ob ihr das als schlimm anseht Aber ich will eigentlich, ja, den Dialogen folgen Genauso wie ich auch will, dass ihr den Dialogen folgt Weil das ist ja nur ein Teil der Story Deswegen hoffe ich mal, es ist nicht schlimm Wenn ich jetzt nicht so viel labere Während die Charaktere ja miteinander reden Trägt ja auch zur Stimmung bei, ne? Und die Stimmung ist bis jetzt wirklich Mega geil, finde ich Ja, mega schön hier, die Wildnis Okay, offenbar Könnte hier Wild sein Ah, Lance schlägt auch ein bisschen aus hier Der Gute Was sieht denn dein Adlerauge? Also ich seh nix Ah, da meint er die Spur hier Okay, dann holen wir mal unseren Bogen Ja, Lanceyline Ne, nicht ausreißen Ich komm gleich wieder Ja, Gehirsche Du machst weniger Lärm, wenn du dich geduckt bewegst Äh, warte mal Du kannst Adlerauge benutzen Um Tier, Pferden und andere Hinweise zu sehen Ah, okay Alles klar Das ist natürlich ultra hilfreich So, wo ist der Hörsch? Ich brauch Abendessen Hörschi, Hörschi, Hörsch Gut, 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 gut Geh das hier lang Seht ihr ihn schon? Also ich seh ja nix Hä? Ach hier lang, okay Achso, hier ist auch wieder die Spur Ja, ich voll Idiot Ah, hier vorne ist er Ach ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hätte jetzt irgendwie auf den Fuß gezielt Ich weiß nicht, ob ich noch zu weit weg bin Bäm Oh yeah Erledigen noch einen Hörsch Ah, dort hinten ist noch einer Ich hol mir erstmal meinen Pfeil wieder Oh man ey, der arme Hörsch Aber was will man machen? Wir müssen ja auch irgendwie überleben So, hier drüben ist noch Oh, das sind sogar zwei Ich darf mich auf keinen Fall sehen Ah Da habe ich eine gute Position Ja Oh Oh, der arme Hörsch Bring's mit deinem Messer zu Ende Und das will ich eigentlich nicht Oh man, das tut mir jetzt aber mega leid Aber ich muss deinem Leiden ein Ende setzen Oh man Ne, ich kann ihn nicht leiden sehen Tut mir leid Kommendium aktualisiert Das Kommendium hält fest, was du in der Spielwelt alles entdeckt hast Du kannst im Pausenmenü unter Fortschritt darauf zugreifen Wird für die 100% auf jeden Fall hilfreich sein Drücke H Um nach deinem Pferd zu pfeifen Ja, lehnen sie Herkommen Komm, mein guter Herkommst du? Hallo Wirst du wohl hören? Ah, herkommt er Ah, Lenz Er hört Das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet Hast du gesagt Ja, aber renn mich jetzt nicht um So Komm her Er gedrückt, um den Hirsch zu verstauen Ja, scheiß erstmal eine Runde Und dann geht's los Und ab geht die Tour Triff dich mit Charles Jo, dann ab zurück Wir haben große Beutehäute gemacht Du kannst Tierkadaver bei Pearson abgeben Um zu den Vorräten der Bande beizutragen Also brauchen wir das öfters mal im Spiel Um die Mannschaft zu versorgen Ja, ich hoffe mal ist Toad wirklich langsam mal Aber das Wetter scheint zumindest aufzuklaren Langsam Das ist ein großartiges Land Wir finden irgendwo zu liegen Wir finden irgendwo zu liegen Dutz und Jose haben ein Plan Du merkst, wie Pearson hat eine Bottle in seiner Hand seitdem wir in Blackwater Wir geben dem Camp Cook 5 Minuten um die Essenz und gehen Und er hat sogar noch eine Kreme Oh, du bist gemein Sie hat einen wilden Blick in ihrem Augen Natürlich Sie hat ihren Mannschaft und ihr Haus und alles, was sie hatte Also, was wir mit ihr machen? Also, wenn wir hier rauskommen und wir wieder auf unsere Fett sehen, wir sehen Sie vielleicht haben eine Familie irgendwoher Wer weiß, vielleicht sie wird mit den O'Driscoll für uns Ich weiß, wer mein Geld ist in dieser Kampf Er ist schmerz Aber das macht es ihnen viel mehr useful Vielleicht können wir mit ihnen bevor sie zu uns Was ist mit deinen Driscoll Du hast mit ihnen Du hast mit ihnen Du hast mit ihnen Ich glaube Wir haben nicht mehr in den letzten sechs Monate Ich glaube weil sie sind über diese Weise Ich habe gehört viel zu sprechen über sie Wir haben Wir haben über die mit ihnen für Jahre Big Gang Nasty Ja, die haben wir ja schon Oh Was? Uah Guck mal Leute Da ist ein Bär Soll ich den abschießen? Obwohl ein Bär wäre ja jetzt ein bisschen so groß für unser Team Aber ich glaube den kriege ich auch nicht das Pferd hin drauf Ehe der arme Lenz Oder hältst du einen Bär aus? Ja, ne? Hältst du Boah Aber was für ein Riesenvier Mit dem Teil will ich mich auch nicht anlegen Du bist aber jetzt mal schnell weg hier Oh Der Bär hat dein Pferd erschreckt Traubtier in der Nähe machen dein Pferd nervös Ja beruhig dich Beruhig dich Lenz Muss doch schon wieder weg der Bär So, jetzt müssen wir wohl anscheinend außen rum reiten Geht's mir nur so oder zieht irgendwie grad total ein Sturm hier auf Ich bin immer noch so Ich bin immer noch so die meisten Nachts Ja, wer sonst? Oh, Wahnsinn. Ja, ich finde es mega cool, dass man hier Hintergrundwissen so erfährt. Wie gesagt, falls ich euch zu ruhig bin, sagt mir Bescheid, aber ich finde es auch mal cool, hier zu folgen. Und die Charaktere so näher kennenzulernen. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück im Lager. Leute, ich habe Essen mitgebracht. Ja. Und hier wird sogar noch erwähnt. Dann binden wir mal kurz den Lansy-Vansy an. Und laden mal den Hirsch ab. So, mein Guter. Ja, ist das gute Stück. Heute Abend gibt es lecker Hirschgulasch. Ich finde ein Camp Rat loiterin' in der Küche. Ist das eine Art, wie ein Freund zu grünen? Ich fühle mich, wie wir nicht gesprochen haben für Tage. Ich mache mir mein Bestes, um zu verhindern. Er liebt mich wirklich. Das ist seine Schade-Van zu zeigen. Nein, es ist nicht. Jetzt, schau, get lost. Na, sehen Sie später. Na, sehen Sie, Sie haben einfach gut gemacht. Charles ist ein Wunder. Geh ein Drink, Leute. Du hast es. Jesus, was ist das? Navy Rum, Sir. Das ist die einzige Sache. Die einzige Sache. Das tut es dir, es tut. Ja, es hat sich gemacht, es tut dir. Oh man, jetzt sollen wir das Teil auch noch häuten, ey. Nähere dich dem Hirschkadaver. Oh man, es tut mir so mega leid. Oh, die zeigen aber auch echt alles. Ich dachte, das wäre zumindest ein bisschen zensiert. Ja. Oh, und jetzt blutet der Arme Hirsch noch richtig aus, aber was wollen wir machen? Wenige Tage später, du hast die Meisterjäger-Herausforderung freigeschaltet, sieh in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Wer zum Teufel ist? Leviticus Cornwall. Moment, just rest. Arthur, ich denke, es ist Zeit für die Train. Willst du mir kommen? Natürlich, ich mache, aber... Look, Ash, ich war immer so ugly, Dutch. Es ist nur ein Schmerz. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. Der Junge wollte dich sehen, John. Er sieht mich jetzt. Was ist mir noch? Was für dich? Ich dachte, ich wollte einen Korpsen sehen. Pfft, bide your time. Du siehst plenty of them. Du bist ein rotter Mann, John Morrison. Er ist ein Idiot, Abigail. Wir alle wissen es. Jetzt, Railway Man. Bill, jetzt, du riechst und setz dich auf die Wasserstelle, vor der Tunnel. Das ist kein Problem. Warum sind wir das? Die weather ist breit und wir können weggehen. Ich dachte, wir sind schiefen. Ja, komm auf! Was willst du von mir, Jose? Ich einfach nicht mehr Leute zu sterben, Dutch. Wir leben, Jose. Wir leben. Wir leben, selbst du. Aber wir brauchen Geld. Alles in Blackwater. Du faszinierst nach hinten? Nein. Listen, Dutch, ich versuchte dich. Ich wollte nur mit dem Plan, was zu liegen low, dann gehen nach nach links. Jetzt, wir sind jetzt zu robben. Was haben wir eine Chance? Leviticus Cornwall. Kein Problem, Dutch. Wer ist Leviticus Cornwall? Er ist ein großer, Rähnweg Magnet, Zucker Dealer, Oil Man. Wie gut für ihn. Sounds like er hat mehr als genug zu share. Dutch. Gentlemen, es ist Zeit, zu machen etwas von uns. Eins von drei Hirschen gehäutet. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Okay, schade. Dann geht der Part eben weiter. Sorry Leute, ich wollte nur mal gucken, ob ich speichern kann. Aber dann machen wir jetzt mal einen längeren Part raus. Ah, so können wir gleich mit der Formation reiten. Und das heißt, wir machen jetzt noch den Zugüberfall. Ist das nicht klasse? Mit unserer Gang. Kann ich noch ein bisschen weiter rauszoomen? Ja. Ah, mega. Martha und Micah, Sie gehen nach hinten. Das ist das, was wir nachdenken. Mr. Cornwall, der Privat von Kornwall. Du und ich, Morgan. Great. Hast du ein Problem mit dem? Nicht, wenn du deine Kopf hast. Du schaffst dich über dich. Enough. Nachdem der Bill blüht die Tracks, wir müssen schnell gehen. Ist alle klar, was sie machen? Ja. Crystal. Ja, Papa. Good. Ah, jetzt geht's los. Leute, jetzt wird richtige Action passieren. Ich liebe diese Zwischensequenzen irgendwie. Es hat was. Auf einmal reiten die echt von der Sonne hier in den übelsten Nebel rein, gefühlt. Ja, hier ist echt Frühling fast. Oh, mega. Schöne Landschaft. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Maka? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the Odriskels are right, there will be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up! And get your mind on our way. Come on! There's the water tower. Hold up here on the ridge. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Dann mal runter. Schau nach Bill. So, binde ich hier unser Pferd mal an, oder? So, Bill. Wo habe ich da gerade schon zugehört? Okay. Nimm die Spule. Okay. Nimm die Spule. Ich glaube, wir müssen uns langsam mal ein bisschen beeilen, oder? Der Zug wird doch bestimmt gleich kommen. sehr gut. Sehr gut. Ich bin jetzt mega gespannt hier, wenn das gleich hoch geht. immer doch. Okay. Ja, und wie? Ach so, und das Objekt draufzuwechseln. Aha. Aha, okay. Kleidung Heiztuch. Oh, jetzt kommt der Zugläuter. Jetzt geht's ab. Gentlemen. Es ist Zeit. Good luck. All here. You all know what to do. Oh, nee. Ist nicht dein Ernst. Ey, wieso? Rennt ihr nicht mit dem Pferd? Spring auf den Zug. Ja, ihr habt eine Macke, oder was? Oh, los. Komm schon. Und drauf. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder der Einzige hier oben, oder was? Los, hol ihn hoch. Ey, komm. Ach so. Ey, ist jetzt ge... Ach, unnötig. Kontrollpunkt neu starten. Ach, das war jetzt ja mega unnötig. Ach, die komplette Stimmung im Arsch, Leute. Ich dachte mir so jetzt, warum zieht er den denn nicht hoch jetzt? Aber wie soll ich denn den ziehen? Hä? Verstehe ich gerade was an der Steuerung nicht, oder was ist hier los? Das ist ja voll unnötig. Aber muss ich rechte Maustaste gedrückt halten, oder? Oder? Oh, shit. Ich habe dich. Jetzt stopp. Oh, shit, shit, shit. Oh, shit. Ich kann nicht halten. Hä? Äh, bin ich bescheuert? Ey, ich will das jetzt machen. Jetzt wird mir sogar schon angezeigt, dass ich es überspringen kann. Aber ist damit nicht die rechte Maustaste gemeint? Ach so, ich muss einfach nur eine linke Maustaste schnell drücken, statt die rechte. Oh, nee. Was für ein Fail. Na los. Auf geht's. Los, kill den. Äh, was nehme ich denn jetzt mal für eine Knache? Ich denke, den Revolver, der reicht aus. Ach, ich will den doch nicht aufheben, Mann. Ich will den plündern. Ja, kümmere dich um den. Sehr nice. Ah, ich glaube aber, hier ist schon einer, der uns gesehen hat, oder? Ja, komm. Ich bleib hier in Deckung und ballere einfach auf den. So. Nice. Ja, ja. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Ich muss ja erst mal die Leute killen, bevor ich weiter nach vorn gehe. Nice. Ja, ich wollte nämlich eigentlich auch schon sagen, eigentlich ist da Ava dran schuld, oder? So, erst mal wieder die Knarre nehmen. Alter, was? Vor allem. Was kann ich jetzt dafür, wenn da hier abgeknallt wird? Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Flasche? Loll. Ey, muss ich jetzt ernsthaft die Schrotflinte nehmen hier? Vor allem der wird einfach abgeballert. So, jetzt gehen wir halt mal den harten Weg. Nice. So, jetzt gehe ich aber zuerst hoch, ey. Warte mal, ich plündere noch schnell den hier. Nein! Ich gehe zuerst vor. Ah, Mist. So, jetzt. Ja, es geht doch gleich los. Ist hier noch einer? Boah! Äh, kehre den Griff um. Befreien, befreien. Los, Affer. Los, Affer. Und, mach's gut. Begebt dich zu Lokomotive. Drücke eh, um den Zug anzuhalten. Ach, geschafft. Boah, jetzt kommen die ganzen Oldriskels, oder was? Ah, nice. Ey, wehe, der Typ stirbt jetzt wieder. Ja, das ist echt eine ganz schöne Armee, du. Warte mal, ich gehe mal weiter nach vorne. Hä? Wo sind jetzt die? Alter, wie viele Leute kommen denn hier? Halleluja. Aber ich glaube, das sind meine Leute. Nice. Ja, das brauchen die auch. Boah, geil. So, jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen plündern. Wir haben ja jetzt wieder ordentlich Leute hier erledigt. Ach, jetzt wartet doch mal. Ich bin ja gleich durch. Ich muss ja erst mal mal wieder neues Equipment dranholen. Ja, da bin ich mal echt gespannt, was, wenn wir das alles hier verkaufen. Wie money wir da machen. Ach, und Lance ist auch am Start. Ah, du hast mich bestimmt vermisst, hä? Mein Dickerchen. Na, komm. Warte mal, hier sind aber wirklich noch ein paar Leichen. Muss ich schon noch aufheben. Ah, das ist schon wichtig. Wir haben bis jetzt schon 12,85 Dollar. Was eigentlich nichts ist. Und hier ist dann noch der Letzte. Ausdauer, du hast 25 Prozent für Stufe 4 erhalten. Yeah. Planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corbett. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't opening this door. Four. Three, two, one. Oh, man. Ballert. Alles gegen den Zug. Ja, aber da ist so gepanzert. Ehe, um Dynamit von Bill zu nehmen. Ja, äh, geh mal bitte schon weg, bitte. Bam. Oh, schön nach außen kommen. Ja, schön beiseite hier mit euch. Mal los. Geh nochmal rein. Mal gucken, was da drin so versteckt ist. Begib dich zum Privat Waggon. Boah. Seh ich zu. Untersuchen. Brief der Leland-Öl-Entwicklungsgesellschaft an Leviticus Cornwall. Sehr geehrter Mr. Cornwall, wir warten immer noch auf ihre Zahlung von 2000 Dollar für die erste Phase der Bohrfeld-Erkundung im Wapiti Indianer Reservoir bei Amberino. Wir vereinbarten die Summe im Vertrag zwischen den Cornwall-Kerosin- und Teerwerken und der Leland-Öl-Entwicklungsgesellschaft vom 9. November 1998. Nach Erhalt der vereinbarten Summe werden wir unverzüglich zu den Phasen 2 und 3 übergeben und Ihnen innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht mit unseren Erkenntnissen vorlegen. Mit verbindlichen Grüßen James Gritchley Leiter Rechnungsabteilung Leland-Öl-Entwicklungsgesellschaft Mhm, okay. Was haben wir hier noch? Brief von Archibald Jameson an Leviticus Cornwall Saga da Leviticus Borda Das ist aber schwer zu lesen der Name. Danke für Ihr Telegram und Ihr Interesse an der Jameson Bergbaugesellschaft. Allerdings entbehren alle Berichte die sie über schlechte Führungen oder finanzielle Schwierigkeiten der Mine in Annisburg erhalten haben jeglicher Grundlage und ich würde darauf drängen wollen, dass sie ihre Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin da nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen wann immer es ihnen zeitlich passt, sodass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Es wäre mir auch ein Vergnügen sie hier in Annisburg zu begrüßen und ihnen persönlich die Mine und die angeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits jetzt auf ihre Antwort mit ergebensten Grüßen Archibald Jameson. Also offenbar ist er im Öl und so ein bisschen Minenkohlegeschäft unterwegs. Was haben wir hier noch? Guter Brandy Ja, das brauche ich unbedingt. Wir durchsuchen ja mal alles, weil hier könnte auch edles Zeug natürlich versteckt sein. Hier ist aber gar nichts. Was haben wir hier noch schönes? Ah, hier sieht's doch sehr interessant aus. Anleihen. Aha. Hier haben wir noch eine Schublade, die wir durchsuchen können. 25 Dollar. Ja, besser als nix. Du hast 50% Fortschritt für Stufe 3 erreicht. Premium Zigaretten. Was haben wir hier noch gehabt? Alt. Mit Zigarre war das doch, oder? Oder ist es? Ah, hallo. Ich will das Ding nehmen. Die Zigarre kann ich offenbar aber nicht nehmen. Ja, toll. Noch einen guten Brandy nehmen wir mit. Das war's dann auch schon. . Das war's dann. Was sind nichts? Oh, sicher. Bonds. Bonds. Ich denke, wir können diese ziemlich schnell. Gut gemacht. Jetzt, kannst du riden von all das? Das Train? Ja, raus. Was über das? Was du denkst? Ich weiß. Es ist zu dir. Kill sie, leave sie hier, take sie mit du auf den train. Oh! Oh! Okay, get on the train, quick! All of you! Na los! Rein mit euch! Wirst du wohl reingehen in den Zug? Begib dich zur Lokomotive, um den Zug in Bewegung zu versetzen. Na dann, ab nach vorn! Oh, der Zug ist aber auch extrem lang, du! Und... Auf geht die Willefahrt! Auf geht's! 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 Na, auf geht's! Arthur? Wir haben viele in der Karte! Damn hier Ich weiß, dass du zwei gerne über die guten alten Zeiten und was passiert ist mit Old Dutch. Tja, und jetzt verlassen wir offenbar unser Lager und reiten gegen Osten. Hoffentlich endlich weg aus der Kälte. Ah, das sieht doch schon viel, viel schöner aus. Ja, das ist eine echt schöne Gegend hier. Ja, das ist eine wirklich mega schöne Gegend hier. Ah, endlich weg von dem Schnee. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ah, das war ja klar. Ah, okay. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right. Let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying, I'll say less. Pick the wheel up. Ja, sehr schön, A4. So, Sitz passt und wackelt hat Luft. Oh Gott. Nicht da ernst. Na, dann mal schnell weg von hier. We give this now horse show overlook. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was. Every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how is that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, uh, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't. In spite of that, just talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget. This here's a con man, Charles. Born and bred. Just because it sounds fancy, don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Mhm. Das kann ich mir aber schon vorstellen, dass die Indianer hier das nicht so gut hatten. Die ist jetzt heiß zu erkennen am Sonnensalbohr, das in deinem Gesundheitskern blinkt, wenn der zu heiß ist. Achso, mir ist jetzt zu heiß anhand der Kleidung, okay. Ja, das war's. Wir dritten um. Er war ein sehr schade Mann, und der Drink hatte einen wunderschönen Halt an ihm. Um 13 Uhr. Ich habe einfach auf meine eigene Arbeit. Das war über die Jahre, die wir hier einen jungen Arthur gefunden haben. Vielleicht ein bisschen älter. Ein wilder Delinquent, den du nie gesehen hast. Aber er lernt schnell. Natürlich ist er aber schnell geland. Warte, ich verstehe. Was ist das Problem zwischen dich und du zwei? Arthur? Ja, es ist eine lange Geschichte. Na, dann fahren wir in die richtige Richtung. Ach, schön hier, die Tiere und alles. Das war's. Wir haben nicht. Und in diesem Ort, wir gehen. Wait, was ist es wieder? Horseshoe Overlook. Ist ein guter Ort, um zu schäuern? Das wird es für heute. Wie schäuern Sie, Dutch, wirklich zu schäuern? Es ist einfach... Du wissen, vielleicht ist es ich, die verändert, nicht ihn. Aber wir haben ihn gesagt, dass das Ferry-Job nicht richtig fühlt. All right. Du und ich hatten einen realen Weg in Blackwater, der könnte es funktionieren können. Vielleicht. Es ist einfach nicht wie Dutch, dass er seine Kopf so ist. Oh, was ist jetzt los? Unser Pferd schlapp. Du hast einige Kräuter erhalten, diese können verzerrt werden, um deine Kerne aufzufüllen. Zum Kocken oder Harzstellen von Gegenständen benutzt werden, okay? Du kannst überall in der Spielwelt eine Vielzahl von Pflanzen finden. Pflücke sie, um etwas über sie zu lernen. Amerikanischen Gingseng haben wir erhalten. Na dann springen wir ab. Ach ja, sind sie ja schon. Äh, dann fahren wir mal hier ein bisschen rein. Oh, das ist aber echt schön. Das ist ein echt schönes Lager, muss ich sagen. Und hier sind wir, gentlemen. Home sweet home. Du warst falsch, Hosea. Dieses Ort ist perfekt. Ich hoffe so. Gentlemen. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Für jetzt. Jetzt ist es Zeit, um zu prosperieren. Arthur und ich sind zu prosperieren in Blackwater. Wir waren zu etwas großartiges. Dann, Micah, hat dich alle excited über das Ferry. Und hier sind wir. Wir haben alle Fehler gemacht über die Jahre, Hosea. Every letzte von uns. Aber ich habe uns zusammengehalten. Wir haben uns zusammengehalten. Wir haben uns aus unseren Händen. Ich denke, ich habe nur Angst. Ich habe das lange lange, Dutch. Ich will die Leute safe, bevor ich gehen. Me, auch. Und jetzt sind wir auf die Griselein und aus dem Geld. Und ein langer Weg von unserem Traum von Virgin Land in der West. Ich weiß, mein Bruder. Aber wir sind sicher. Wir machen ein bisschen Geld hier. Dann gehen wir wieder. Wir gehen nach dem Weg. Wir gehen nach dem Uncle Sam. In ein paar Monate. Wir kaufen ein paar Land. Ich hoffe so. Würdest du einfach nach dir schauen? Diese Welt hat ihre consolation. Gentlemen. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Und, ihr wisst. Und, ihr wisst. Obwohl ich ein bisschen Geld mache. Natürlich. Herr Strauss. Ich mag die Banken. Ich mag die Banken. Es scheint mehr dignified. Einmal. Everyone. Put your tools down for a moment. Kommt. Gather round. Quickly, jetzt. Ich weiß. Die Dinge sind schwer. Aber wir sind sicher. Und wir sind sicher. nah. Wir sind sehr duper. Die Banken. So es ist Zeit für alle, Lange zu arbeiten. Bauen wir uns in der Situation. Wir sind Arbeitern. Wir sind Arbeitern. Kommen. Wenn sie uns die Bude verabschieden. Wir schaufen. Jetzt gehen da die Banken. Und gucken 어떤 Sie finden. Auf die Banken. Herr, Herr Schwanzin. Nein mehr die Fläte. Woh-oh! Es ist Zeit für alle! Spende dem Lager Geld und Wertsachen, um Munition, Nahrungsmittel und sonstigen Lagerbedarf zu verbessern, okay? In deinem Zelt kannst du dich umziehen, dich rasieren, schlafen oder Waffen im Waffenkoffer lagern. Na, erstmal eine Smoken. Kapitel 2 Horseshow Overlook Ein paar Wochen später. Erfolge, du hast Kapitel 1 abgeschlossen. Ja. Kapitel 2 Horseshow Overlook Na, und wir haben jetzt unser Sommeroutfit an. Isst, trinke und ruhe dich aus, um deine Kerne aufzufüllen. Ja, es ist Tom. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Kompendium, Kompendium aktualisiert. Das Lager deiner Bande wird auf der Karte mit dem Zeltzeichen angezeigt. Ja, Leute! Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. Ja, dann ist gut. In weeks. Nothing. We're free. Dein Bad ist ziemlich lang geworden. Du kannst das Rasierzeug neben deinem Zelt benutzen. Munitionvorräte und Arzneien kannst du im Lager finden. Der aktuelle Lagerbestand wird angezeigt, wenn du in der Nähe der Spendendose bist. Na, okay, Leute. Da haben wir ja jetzt einen ganz schönen langen Part hinter uns. Pearson kocht jeden Tag Eintopf, den du dir beim Essenszeichen holen kannst. Ja, aber ich denke, beim nächsten Part werden wir uns hier mal ordentlich erkundigen. Ich finde es auf jeden Fall mega schön hier. Ja, ich hoffe, euch hat dieser lange Part hier gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Bis dann. Macht's gut aus Reihen und ciao. Euer Bessix. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.